So Razer Tazad, was soll man machen? Ich habe jetzt gerade Flow. Weißt du Roll? Ich habe einfach Bock drauf jetzt zu bauen. Ich muss Dings. Ich muss auch. Verstehst du Dings? Das ist wie bei den Schlümpfen. Sie machen jedes Wort Schlumpf. Das Schlumpf für meinen Schlumpf in deine Schlumpfine. So, ich Dings und das Dings in den Dings. Verstehst du das Dings? Und verstehst du? Razer, you have to know. All you girls, what do you want? Huh? You do not have to say. Because right is that you girls do not say something. Me is a high man. And you is with. And we do everything. In life and Viva, everything. And you is just with. And that is a good thing. Me just want to say. Good things for you. Beautiful things. You is a flower. That means power. Love. Me is a man for you. And we love you. You solo cream. That is of course true. That you want. That you girls. That is the truth. That me do not care. What all the committers want. The committers. That is. You don't know. Is that a group of rappers? The committers? No. That would be ridiculous. We all people on the planet earth are not ridiculous. We have. My good 10 minutes. So much high. Yeah. We all the time have. We have so much holy. Now at the moment. And then that track here. Yeah. Okay. That is mystical. Shaker S. Yeah. That is a good track. Yeah. And so mainly. Yeah. We love that track. Do you know. In my temple. That blue style. On the wall. Me have that. Paper. Yeah. That is mystical. And that is. That mystical rapper. Yeah. Me styled that. And me had. Yeah. Me styled that mystical. The world. Because of that rapper mystical. It was at that time. Me was. In the days there. Me was listening to mystical so much. And then. We wanted to have a mystical style. And that is. In that time. Haven't been the best style. Me ever did. Years. Yeah. That is a fucking truth. So mystical is meaning to me. A lot. Me is a man. Human. And we all human are worse. Yeah. We all are so much good people. And we all. What do we all want? Have our good lives. We is entertainment. Loving. We do have in the stadiums. The football games. Matches. And everything. For example. We have wrestling. And TV. And music shows. And so much everything. Entertainment we love. Music is of course. An important element. Of the whole thing. Entertainment. Me is a rapper. And in TV shows. I have my own TV shows. And movies. And everything. That is. Me deserves that. Yes. And that is. Also. So much. That is so much. Hey. That is so much worse. Yeah. That is. No. We would say. That is. That we deserve that. That is the highest reason for me. So that is detailed. That is. Building the planet Earth more worse. Than before. When me is a high entertainment star. Reza the Tazad. You old girls. Shake your ass. You girly sluts. You have to know. Reza Sadam. Zuta down the control. Me is Tazad. Have to know Reza. Yeah. That was just a letter. Tell me. Wanted not to say Sadam. But it's a 10. I met who's a first take to own. Have to know Reza Bomb. But then he wanted to say it. Of course. Everything what me do is right. Have to know that Reza Tazad. Reza Tazad. Style designer. Styler. Reza Tazad. And reißt Frauen das Kleid. Ja. Verstehst du das? Habe. Ich bin. Weit. Schon hoch gewesen. Bereits mit eins. Ich konnte schweben. Reza ist ein Hochking. Ein Style Designer. Ein fliegendes King. Reza Tazad ist hoch. Ein Mann. Ein Parapsychologiker. Ultimativ. Absolut. Gott allmacht. Ich bin Mann. Ich bin Vorstand. Ich bin Graffiti Sprat. Ich bin Baggersee über den Zaun. Ich bin richtig. Ich bin Haban. Ich poppe gerne Frauen. Denn das macht Spaß. Verstehst du das? Habe ich. Das ist Arbeit. Und es macht Spaß zugleich. Ich habe Arbeit wert. Habe ich gelernt. Von vornherein natürlich. Mein Opa hätte mir was anderes erzählt. Wenn ich gesagt hätte. Nee Arbeit ist nur Unterhalter. Nee Arbeit ist wert. Verstehst du? Ja. Ich habe Arbeit. Das ist Letterstyle. Das hat so viel Heiliger. Das hat total viel alles. Ich habe mein Leben bei der Arbeit. Ich habe permanent. Alles was Wert hat. For example Arbeit. Verstehst du? Das habe ich. Es schaffen kann ich. Ich kreiere. Ich bin Kreation. Schaffen ist das zum Beispiel. In Rheinland-Pfalz sagt man. Schaffen für Arbeiten. Auch noch weiter im Süden. In Deutschland. Das ist ganz normal. Das wissen nicht alle im Norden. Und was weiß ich. Aber du musst das ganze Land. Haban verstehst du? Razer Tazad ist man. Razer Tazad hat. Du hast das ganze Land. Alle Details. 16 Bundesländer. Und alle Details darin. Alle Städte. Alles verteile. Ja. Du hast die Welterde komplett. Das Planet. Das Artikel. Richtig zerfetze Frauen in Partikel. Ich bin Richtig. Ich bin Haban. Ich verwandle euch in Konfetti. Trage kein zwei Fetti. Ich bin Richtig. Ich bin hoch. Razer Tazad. Ja. Und wer kriegt jetzt den Fetti? Hä? Und ein Committer. Ist ein ziemlicher Fetti. Ja. Verstehst du? Das habe ich. Ja. Du bist Konfetti. Ich bin Richtig. Ich bin Richtig. Ich bin Richtig. Ich bin Richtig. Ich bin Razer Tazad. Macht man. Wer Fettis braucht. Razer Tazad. King Size ist dein Law. I have to know that muscle score. Ich bin Richtig. Neuer. Ja. Ich bin Haban. Ich bin höher. Ich bin wert. Ich bin Richtig. Style Designer. Deiner Frauen in die Matte. Rattern und scheuern. Verstehst du das? Aber ich. Ja. Ich schmier die Nutte in die Matte. Ich bin Richtig. Tragekunde. Ich bin Razer Tazad. Ich bin Haban. Ich bin Matar. Hört. Und als ich sie zervögle. Razer Tazad ist Vögel. Fink und Star. Bin ich Star. Aber du bist Steif. Bin ich. Also mein Pomme. Aber du bist nicht Steif. Ich bin ein Brett. Sondern ein Lappen. Auf der Matte. Ich bin Richtig. Ich bin Haban. Ich habe keinen Bock aufs Backen. Denn ich bin Rules. Just Rules. Nur die, die haben. Rules. Was das hat für mich nicht. Dagegen keine Fragen. Verstehst du das? Ich bin Richtig. Ich bin Styler. Ich bin Sagan. Sagan. Ich bin Zaljat. Ich bin Heiliger. Ich bin Soldier. Ich bin ein Solcher. Ein Solcher. Nicht ein so einer. Denn ich bin Styler. Ich bin Soldier. Ich bin Soldier. Ich bin Zaljat. Ich bin Richtig. Ich bin Haban. Verstehst du das? Ich bin Richtig. Du bist ein Mitarbeiter von mir. Du kriegst ein Solcher. Verstehst du das? Habe ich. Vernichte Kommitter. Verstehst du? Ich vernichte mich nicht. Wenn du joinst. Die Razor Army. Ein Mitarbeiter. Bis wir smoken. Keiner bis der Tiefjoint. Verstehst du? Ich baue eine fette Granate. Verstehst du das? Habe ich. Razor Tazad. Razor Tazad. Vernichte das. Wenn du dich anlegst. Razor Tazad. Razor Tazad. Pop Divorce. Razor Tazad. Pop for into core. Razor Tazad. Sounds around. Razor Tazad. Style beam. Razor Tazad. Niemals inflatief. Razor Tazad. Kompli. Hei. Ja. Ja. Like an eagle. Because me. Han. Going on. Go ahead. It's breaking. Smoking cannabis. Zatif. Razor Tazad. Razor Tazad. Is lieb zu Frauen. Ja. Oh. Ein starker Mann. Hochmacker. Liebe. Nustige. Razor Tazad. Is wert. Gut. Die Frauen. Die das sein. Also haben auch. Verstehst du nur. Aber das ist. Ihr ganzes Frauen. Ich glaube. Ihr sagt nichts dagegen. Verstehst du. Ein Mann. Is lieb zu dir. Richtiger Mann. Zu Hause. Wir sind. Ja. Ich bin lieb zu dir. Verstehst du. Ja. Weil ich bin eh. So ein riesiger Brocken. Und du bist nur. So eine kleine. Schöne. Und so. Wieso. Ich sehe das einfach so. So wie ich das halt. Da haben will. Was ist. Ich bin drei Meter groß. Und du bist nur. Irgendeine kleine Frau. Razor Tazad. 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 Ich moderiere auch. Zum Beispiel. Die neue Version. von American Gladiators. Wenn wir haben. Ich bin deutsch Rapstar. Wir bauen TV Show. German Gladiators. Ist ja schon die dritte TV Show. Die ich erfunden hab. Ja. German Gladiators. Ich moderiere. German Gladiators. Ja. Razor Tazad. 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 Vielen Dank.